Herzlich Willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg. Er ist weder Arzt noch Heiler noch Heilpraktiker. Er hat jedoch aus eigener Erfahrung eine Selbstheilungsmethode begründet, die bahnbrechend ist und das Gesundheitswesen revolutioniert. Er ist ähnlich wie der Bewusstseinssprung von analog zu digital. Herzlich Willkommen, lieber Clemens Kubi beim Frankfurter Ring. Hallo, schönen Tag. Freue mich, dass ich wieder bei euch bin. Frankfurter Ring ist ja eine Hochburg, eine Institution für dieses neue Bewusstsein und deswegen freue ich mich sehr, dass wir wieder hier eine Gelegenheit haben, mit unseren Freunden in Kontakt zu kommen. Ja, du bist bei uns ja schon fast Stammgast, klingt wie in der Kneipe. Aber wir haben auch immer wieder so viel Freude, dich hier einzuladen. Es ist so inspirierend in all den Jahren und ich sehe ja auch, wie sehr deine Themen heute vielleicht sogar noch mehr als früher gefragt sind. Ich darf kurz unseren Teilnehmern heute nochmal deine Geschichte kurz wiederholen. Sie ist einfach, ja, sie ist kinoreif, könnte man sagen. Es wundert mich, dass sie noch nicht ins Kino gekommen ist. Doch, es gibt einen Film darüber. Es gibt einen Film inzwischen. Okay. Natürlich, der heißt Heilung, das Wunder in uns. Da sieht man dich fallen, also aus elf Metern, aus elf Metern fallen vom Dach, als du etwas reparieren wolltest. So war, glaube ich, die Geschichte. Und die nächste Erinnerung, die du hattest, war dann, glaube ich, dass du im Krankenwagen und im Krankenhaus dich befunden hast und dann eine Diagnose bekommen hast, mit Querschnitzenlähmung nichts mehr zu machen. Das ist etwas, das wird lebenslänglich sein und du wirst nie wieder laufen können. Also eine katastrophale Diagnose eigentlich, wo jeder geneigt ist, sich aufzugeben. Und was war da bei dir dann? Was passierte dann als nächstes bei dir? Naja, so schnell ging es nicht. Ich lag ein Jahr in dieser Klinik und es war für mich auch nicht gleich klar, warum ich da auf zwei Beinen herausgehen konnte. Die Medizin nannte das eine Spontanheilung. Und tja, ich fragte dann, wie funktioniert denn Spontanheilung? Und da sagten die, naja, spontan eben. Aber das hat mich nicht befriedigt. Ich bin deswegen um die ganze Welt gereist. Ich war auf allen Kontinenten in 14 Ländern, um herauszufinden, wie geistiges Heilen funktioniert. Denn ich bekam ja weder Medikamente noch eine OP, um wieder laufen zu können. Also musste es eine geistige Intervention gewesen sein. Und daran habe ich 23 Jahre gearbeitet, um zu wissen, wie hat es funktioniert. Und heute kann ich das Ihnen in einem Wochenende beibringen. Und das ist heute, das ist eben unser Seminar, das wir jetzt vorhaben, hier bei euch am Frankfurter Ring zu veranstalten. Heißt ja auch, gesund ohne Medizin. Und das ist für viele schon ein Rätsel. Aber das war ja meine Erfahrung, dass es ohne Medizin funktioniert hat. Wobei, nicht, dass man mich falsch versteht. Die KG, die Pflege in der Klinik war hervorragend. Und ohne diese medizinische Versorgung würde ich wahrscheinlich jetzt hier nicht sitzen. Aber das Heilmittel war nicht Medizin. Das Heilmittel war ein Bewusstseinsprozess. Und darunter können sich immer wenig Leute was vorstellen. Aber das ist so, wie du es gleich am Anfang sagtest, von analog zu digital. Also wir begreifen uns erst mal als biochemische Wesen. Wir brauchen einen biochemischen Input, entweder Tabletten oder Diäten oder Ernährung oder irgendwas, damit wir glauben, unser Körper reagiert. Oder wir denken sogar, dass wir ein mechanisches Wesen sind. Das heißt, es muss uns irgendetwas herausgeschnitten werden oder eine neue Herzklappe eingesetzt werden oder sonst irgendein Hüftgelenk hineinoperiert werden und so weiter und so weiter. Also immer auf der mechanischen Ebene. Und auf dieser Ebene bin ich natürlich vollständig entmündigt. Da kann ich nur dem folgen, was mir einfach die Fachleute sagen. Und das muss ich auch, wenn ich selbst keine Idee habe. Aber wir machen dieses Seminar, damit ich mich selber heilen kann. Und das passiert über einen Bewusstseinsprozess. Das heißt, ich muss meine Philosophie ändern. Ich muss mich selbst nicht mehr als biochemisches oder mechanisches Wesen begreifen, sondern primär als ein geistig-seelisches Wesen. Und dann habe ich völlig neue Möglichkeiten. Das ist eben genau wie in dem Beispiel, wenn ich plötzlich die Welt digital betrachte, habe ich ein Smartphone in der Hand und kann umsonst um die Welt telefonieren. Das nennt sich dann Skype. Und es ist eine völlig neue Welt, die analog nicht herzustellen war, obwohl sich an der Welt selber ja noch nichts geändert hat. Sondern ich gucke sie nur anders an. Und genau das lernen wir im Seminar. Wir schauen uns als geistig-seelisches Wesen an und haben dadurch plötzlich unglaublich neue Möglichkeiten. Und zwar bei jedem Symptom. Egal, ob es jetzt die Hüfte ist, wovon ich schon sprach, oder jetzt kam jemand, der war blind und der konnte nachher wieder sehen. Aber nicht, weil ich ihn geheilt habe, sondern weil er verstanden hat, warum er blind geworden ist. Und in dem Moment, wo wir die Ursache, die geistige Ursache für unsere Krankheit im Bewusstsein haben, können wir es auch ändern. Also das klingt wirklich fantastisch. Und es klingt nicht nur fantastisch, wir haben es ja auch jedes Mal miterleben können hier als die Organisatoren rund um deine Seminare. Aber ich habe mich leider nicht genügend drum gekümmert. Ich glaube, es sind Leute schon, die könnten auf der Webseite sagen, ob sie geheilt sind. Jedes Mal, wenn jemand geheilt ist, denke ich, ist doch wunderbar. Dann kann er doch gehen. Ich brauche mich nicht mehr, um ihn zu kümmern. Ist doch wunderbar. Ab heute weiß ich, man möchte diese Belege lesen und sehen und schreiben. Aber das Problem ist, dass die Leute, die schwer krank kommen, und leider muss ich sagen, die Leute kommen zur Selbstheilung immer erst dann, wenn alle anderen Methoden erschöpft sind. Klüger wäre es, man würde Mental Healing als Prophylaxe betreiben, weil dann spart man sich ganz, ganz viel Leid. Wie geht das? Erzähl mal, Prophylaxe, wie könnte das funktionieren? Also ich meine, es ist ja immer was. Entweder bin ich gerade mal gestolpert oder ich kriege Zahnweh oder irgendwas. Ich habe einen Schnupfen oder bin mal wieder erkältet. Und vor allen Dingen sind das ja so Dinge, die begleiten einen oft schon im Leben immer so. Und man hat sich an die gewöhnt. Manche haben das von Geburt. Die sind so geboren und sagen, na ja, damit muss man halt leben. Da sage ich, Moment mal, wer sagt denn das? Wer ist denn der Chef deines Körpers? Und da haben viele Leute die Vorstellung, der Körper hätte ein Eigenleben. Und das kann er nur, solange ich nicht auf der Kommandobrücke, also solange ich nicht ein geistiges Seelen bin. Denn in dem Moment bin ich mit meinem Geist der Kommando meines Körpers. Und der Körper ist dem Geist nicht, wie die Psychosomatik sagt, zu 30 Prozent, sondern zu 100 Prozent nachgeordnet. Und das ist eine neue Erfahrung für den Menschen, dass er plötzlich das Kommando über seinen Körper kriegt. Weil man sonst sagt, ja, das ist das vegetative Nervensystem, da kannst du nichts machen, die Ärzte sagen, der Körper ist ein Mysterium, da stecken wir nicht drin, da passieren eben Spontanheilungen. Wir haben keine Ahnung, wie die zustande kommen. Und als ich da zum Beispiel in der Talkshow im ZDF saß, ja, da wurde ich gefragt, ja, sagen Sie mal, und was haben Sie da gemacht in der Klinik? Und ich sagte, na ja, ein Bewusstseinsprozess. Ich möchte wissen, was Sie gemacht haben. Also offenbar fehlt es nicht in unserer Gesellschaft, sein Bewusstsein zu erweitern. Dabei ist das der eigentliche Sinn des Lebens. Wir sind auf der Erde, um Erfahrungen zu machen, um unser Bewusstsein weiterzuentwickeln, weil die Erde braucht dringend Bewusstseinserweiterung. Denn wenn wir unser Bewusstsein nicht erweitern, dann fahren wir dem Planeten an die Wand. Wir sind auf dem besten Weg dazu. Und man kann nicht von Politikern erwarten, dass sie ihr Bewusstsein erweitern. Das muss ich selber machen. Und am stärksten, ich habe mir lange überlegt, weil ich habe die Grünen gegründet und ich habe viel politische Arbeit gemacht und gemerkt, damit ändere ich eigentlich nicht wirklich das Leben. Und wo ich es wirklich ändere, ist, wenn ich mich selber heilen kann. Weil dann habe ich eine Freiheit, die kann mir nie wieder jemand nehmen. Denn solange ich glaube, ich brauche einen Arzt, einen Heilpraktiker, einen Heiler, einen, weiß ich, irgendwas anderen, der mit mir was macht, bin ich nicht in meiner Kompetenz. Und das ist das, was ich Ihnen gerne im Seminar vermittle. Großartig. Also ich muss sagen, da kommt auch, wie du es eben gesagt hast, noch eine ganz andere Dimension deiner Tätigkeit heraus, die über dieses Heilen von einem Körper hinausgeht. Ja, dass du sagst, ich habe eigentlich mit meiner Methode einen Schlüssel gefunden, eine noch viel größere Heilung zu bewirken. Eine Heilung, die hinausstrahlt in die Welt. Vor allen Dingen. Großartig. Wo ich vielleicht stolz sein kann oder so. Aber das kommt aus der Kombination von diesem Querschnittsfall, den ich eben überstanden habe. Aber er kommt eben auch aus meiner Filmtätigkeit, dass ich seit meiner Schulzeit Filme mache. Weil im Film habe ich gelernt, welche Bilder wirken und welche nicht. Und es ist eben so, unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Das heißt, wir selber können uns unsere neue Wirklichkeit ausdenken. Genauso wie ich Filme mache. Aber auch beim Film merken Sie, Sie sitzen in manchen Filmen und sagen, na ja, der wirkt nicht. Aber Sie sitzen in manchen Filmen, da heulen Sie sogar. Da haben Sie Tränen, da weinen Sie. Ja, warum? So real. Wo doch Licht und Schatten auf der Leinwand ist. Es passiert doch de facto nichts. Und trotzdem zeigt Ihr Körper echte physische Reaktionen. Und diese Erfahrung, die man im Kino macht, die habe ich mir zu eigen gemacht und habe gelernt, aha, ich kann also durch Information auch Synapsen bilden, die wiederum mein gesamtes Zellverhalten regulieren. Und diese Informationen, die die Synapsen bilden, die müssen nicht wahr sein. Die können ausgedacht sein, weil eben unser Gehirn nicht unterscheidet zwischen Fakt und Fiktion. Und das ist das, was Sie im Seminar lernen. Sie lernen, sich ihre eigene Wirklichkeit zu erschaffen. Weil Wirklichkeit, wie ich immer sage, muss nicht wahr sein. Wirklichkeit ist das, was wirkt. Genau. Ja, Clemens, wir machen mal einen kleinen Sprung schon in die Zukunft. Nämlich, wie sehen die Leute nach dem Seminar aus? Du hast mir vorhin was erzählt, was sie dir jedes Mal hinterher sagen. Ich habe schon gesagt, wir müssen eigentlich die Menschen vor dem Kurs aufnehmen. Wir sollten eigentlich Fotos machen, vorher, nachher. Denn was passiert auf deinen Seminaren? Du hast es so schön gesagt. Ja, dann ist, dann sagt man ja, Mental Healing ist eine Beauty Farm. Ja, weil wirklich, wir können es mit den Fotos belegen. Vorher kommt man ja völlig geknickt in so ein Seminar und denkt, oh Gott, mir hilft niemand und so weiter. Und was soll ich denn jetzt machen? Die Netschamps. Und wir kommen leider auch erst in dieser Situation, manche sogar mit ihrer Todesdiagnose. Also die sagen, das ist völlig ausweglos, da wo es heißt, das ist unheilbar und das habe ich schon immer, das ist chronisch, das ist genetisch und lauter solche Betonwände haben sie im Kopf. Und dann plötzlich fangen sie an, die Kompetenz, also sich selbst sozusagen, ich sage immer, der Regisseur ihres eigenen Lebensfilms zu werden und das ändert jeden und man fühlt sich danach so viel besser und man hat vor allen Dingen, man hat ja nicht nur diesen einen Moment, der da bei einem bestimmten Symptom, mit dem man da arbeitet, erreicht wird, sondern man geht mit einem Werkzeug nach Hause und das ist, glaube ich, der eigentliche Erfolg von solchen Schulungen. Klasse. Ja, und bei uns kannst du das erleben vom 9. bis zum 11. September, da ist Clemens Kubi hier in Frankfurt. Wir werden einen Vortragsoffen, einen offenen Vortragsabend miteinander erleben, wo man also dich in einem interessanten Gespräch auch erleben kann mit Fragen und Antworten und es ist zugleich der Anfang dann von diesem sehr intensiven Seminar, für das man sich auch wirklich Zeit nehmen soll. Ich sage es mal gleich im Voraus, bitte nicht hinterher noch etwas planen, das ist ein wirkliches Geschenk für dich selbst und für deine Zukunft und dem sollte man auch wirklich Zeit widmen und auch die Nacht widmen und nur sich da drauf einlassen. Britta, man sollte vielleicht auch sagen, man kann ja zu dem Vortrag vorher kommen, unverbindlich bezüglich des Seminars, weil man sagt, man möchte erstmal diesen Mann genauer kennenlernen und bevor man sich für so ein Wochenende entscheidet, habe ich ein größtes Verständnis dafür, aber man muss die Zeit schon eingeplant haben, denn wenn man sich spontan nach dem Vortrag entscheidet, am Seminar teilzunehmen, dann braucht man auch die Zeit bis Sonntagnachmittag nachmittags 16 Uhr, denn es hat keinen Sinn, da nur so reinspringen und wieder rausspringen. Also man kann ruhig kommen mit der Skepsis und sagen, no gut, ich mache mal nur erstmal den Vortrag, aber dann muss ich die Zeit schon eingeplant haben, falls ich mich entscheide, dass ich es dann auch tun kann. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr zu zögern. Es ist heute schon passiert, also mich hättest du schon gleich überzeugt, alleine durch die Erfahrungen, die du erzählst, die du als erstens mal betroffener Patient hattest, zweitens aber auch diese wunderbaren Bilder, die du erzeugt hast, der Vergleich mit dem Regisseur des Lebens, dass man das Drehbuch seines Lebens schreiben kann, das ist doch sehr eindrücklich und überzeugend und tausende von Teilnehmern, die das immer wieder auch berichten. Ja, dann freuen wir uns auf das Wiedersehen hier in Frankfurt, in Bälde und Clemens, wir sehen uns dort vor Ort und ich hoffe, euch sehe ich auch. Ich danke für die Zeit, Clemens, bis dann und vielen Dank an euch, dass ihr heute dabei wart bei unserem Talk. Vielen Dank auch. Vielen Dank und macht's gut, wir sehen uns. Tschüss. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.